Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Lost in Random. Und wir sind ja in der letzten Folge, damit stehen geblieben, dass für diesen Herren hier ein paar Bloops oder Boops, ne Boops sind es glaube ich nicht, ein paar Bloops besorgen sollen, die wir jetzt suchen werden. Ähm, zusammen mit mir, ich bin der Danny Spieters. Ich wünsche euch bei dieser Folge viel, viel Spaß und, äh, ja, lehnt euch zurück und habt Spaß. So, dann schauen wir mal, wo wir hier überhaupt hin müssen, wo wir was suchen müssen. Machen wir den doch vielleicht nochmal. Vielleicht kann der uns was sagen. Ja, das heißt, wir müssen sie noch finden. Das werden wir natürlich tun. Weil erstmal werden wir ja ein wenig, ja, wahrgeld hätte ich fast gesagt, uns besorgen. Äh, wo ich jetzt überhaupt suchen muss, das weiß ich gerade noch gar nicht, aber, äh, da sind auf jeden Fall Rufzeichen. Was hat das zu sagen? Hey, was hat passiert? Ich habe eine Rufzeichen gehört. Eine lange Geschichte. Aber, ich habe deine Augen, Simo. Oh, meine Schmerzen und Weepern sind alle. Ich wünschte mich so viel. Wunderbar. Ah, viel besser. Ah, und wie bei diesen Pips, wenn du nicht interessiert, sie nur ein wenig Präzision nimmt, die größte Rufzeichen, und... Hehehe, fertig! Gut als neu, kleine Freundin! Hey, mein Glück! Danke, dass du mich wiederholst, dass du dich wiederholst. Nicht jeder hätte, was du getan hast, und ein Seymour hier... Also, was sollst du jetzt machen? Wow! Natürlich! Dice hier aufgewertet. Sieht mal, hat Dice hier auf eine 3 aufgewertet. Jetzt müsste Eben die Tore nach 3 halt öffnen können. Ja, aber bevor wir das machen, müssen wir natürlich noch... Sollen wir ja diese 3 Blups besorgen für den Herrn, der da vorne steht. Ich weiß nur leider gar nicht wo, aber vielleicht kommen die auch später erst, dass man die hier noch gar nicht sammeln kann. Da vorne ist noch ein Fragezeichen. Wenn wir da erst mal hingehen. Was der von uns will. Sie haben eine Dice. Ich habe gehört, dass ein Dice circuliert in Celestree. Und wenn diese rumour sind, wäre es wahr. Die Leute verstehen es, dass es hat Wert. Sie treat es als etwas rar. Ich glaube, dass jemand wie... Hyperfit. Ich würde interessieren. Und ich würde es für einen Zeitpunkt machen. Wird für einen Zeitpunkt. Ich habe Storien über die Sellerstree gehört. Es gibt all sorts of strange Items für Trader. Ich habe dir gesagt, dass ich alles kann. Except that I've heard Whispers. Und das wäre... Mach dir selbst sinnvoller, Kind. Trader und Trader. Und dann... Du gibst es. So, wir haben hier noch einige Nehmissionen zu tun. Wie es aussieht. Wir sollen die Händlerstraße, äh... erkunden. Ist noch jemand... Dein little Bloop-Kritter. Der hat mal mit Bloop zu tun. Das hört sich gar nicht schlecht an. Du kannst das nicht hören, kannst du? Das Geräusch! Oh, verdammt. Ich versuche zu schlafen. Und der Bloop-Bloop ist auf meinem Rauf, zu machen ein Ruckus. Aha. Okay. Dann werden wir da mal schauen. Ich versuche zu schlafen. Und dieser verdammte Bloop macht Krawall auf meinem Dach. Das ist doch schon mal ein Hinweis. Ja, den werde ich dir da runterholen, weil ich den nämlich brauch. So, dann werden wir da mal suchen, hochzugehen. Äh... Wie komme ich da jetzt hoch? Und die springen? Wo ist dieser scheiß Bloop? Ähm... Ach, da geht's! Ich hab'n Bloop gefunden! Hm... Ich finde den ersten Bloop. Die vielleicht nutzloseste Kreatur in ganz random. Jedenfalls wollen wir uns, dass die Machthaber weiß machen. So, dann schauen wir mal, wo wir den zweiten finden könnten. Von hier oben haben wir einen besseren Überblick, wo vielleicht noch was sein könnte. Äh... Hier oben scheint nichts mehr zu sein. Dann gehen wir mal wieder ein bisschen nach unten. So, haben wir Münzen bekommen. Wunderschön. Die können wir immer gebrauchen. Dann laufen wir noch ein bisschen rum hier. Gehen vielleicht auch zur Händlerstraße. Ja, wo müssen wir ja eh hin. Wegen dem Handeln. Und, äh... Vielleicht finden wir dann noch... Ein bisschen düster. Die ein oder anderen Bloop noch. Und, äh... So, dann lasse ich mal wieder durch hier. Ah... Doch darum. Das ist auch noch was am Blitzen. Nichts. Wird der zu meckern? Wird der zu meckern? Noch nicht alle drei. Oh, it's no good with... Ja, du bekommst sie. Du bekommst sie ja. Da... Muss nur noch ein wenig Geduld. Den brauchen wir noch nicht. Wo ist jetzt die Händlerstraße? Wo war die denn nochmal? Ach, wenn man was sucht. Nehmen wir da mal durch. Da ist auch ein Fragezeichen. Schurtengasse. Das hat doch auch was mit der Nebenaufgabe zu tun. Das hat doch die Wälderstraße. Ich glaube, das ist das Wälderstraße. Was ist das? Was ist das? Ich bin so... Das ist das Wälderstraße. Ich bin so... Was ist das? Was? Das ist nur die meisten wert. Es ist wert und nicht wert. Was hast du in der Hand? Ich bin mir nicht so gut. Ich habe hier die Worte für Sie hier. Du wieder? Was hast du für mich? Ihr letzte war nicht für mich, aber ich bin listening. Das war der Aufmerksamkeit. Wie sieht, wie ein kleiner Mädchen wie du, eine Adelbein, den Essenssohn, den.... Oho, das ist ein... Ich sage dir was, ich gebe dir ein hohes Worte, in die knappe, oblägt. Es funktioniert doch. Danke nochmals, Kind. Es hat mir ein Wunder, das mit dir zu tun. Tschüss. Das Wort beschreibt einen Quell der Freude, wer in der Händlerstraße würde nicht etwas wertvolles dafür eintauschen. Bloop? Wo? Ich hab'n Bloop gehört. Irgendwo ist hier ein Bloop. Machen wir mal die Leiter hoch. Und suchen uns den zweiten Bloop. Da ist er! Wunderschön. So eine noch, dann haben wir das auch. Wunderschön. Da ist noch etwas grüne. Ah ja, ruhig auch. Warum so traurig? Oh, das ist ein schönes Wort. Oh, das wird großartig sein. Jetzt ist dein Freund Ian ein ehrliches Perfekt. Wir haben ein Problem. Spaß! Der dritte Bloop! Wir haben ihn! Wunderschön! So, dann können wir gleich wieder zu unserem Kollegen zurück. Zum Trankhersteller und eben die Droops geben. Aber ich möchte ja noch dieses Tauschgeschäft beenden. Natürlich. I don't! Ich hab dich Toppen Deus im Normand! Ich liebe Sprache Katrin und Teenagerungen! Gehen wir mal wieder zurück. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das. I. Really. Deser. Me. To. And then go to heaven. Which. Okay. And. Day. Gehen wir mal hier hoch. Ah, du. Ahnst es nicht. Oh. 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 Das war's für heute. Genau, hauht euch gegenseitig schon. Natürlich müssen wir noch richtig kommen, logisch. So, durch die Datsache. Ah, genau, das suche ich. Wunderbar. Nein, jetzt. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt will ich für ihn tauschen. Die Datsache. So, dann können wir jetzt unsere Nähmission beenden. So, hier müsste ich glaube ich lang, oder? Ja, wir haben schon gehandelt. Zwei-Stadt-Platz genau, wir sind für richtig. Ich schwöre eine Heilglocke, die die Würfelspielerin heilt, wenn sie in der Nähe ist. Der Zauber hält 60 Sekunden lang an. So. Wo war jetzt dieser Worte putzig? Der war da auch hier in der Gegend irgendwo, oder? Da vorne. Was der uns noch zu sagen hat? Ja, das ist ein Dice. Ja, ja, du kriegst es, child. Ein Formidable-Card. Ich möchte, danke, child. Das, du kriegst mit einem Dice. Das wird er, glaube ich. Das al αλλά'sst, glaubst du? Ja, Dice, glaubst du. Die Queen, child, decided that she... Wenn sie finden dass sie jetzt noch Dice und noch nee, dann wird sie auf die Übersetzung sein. Das tut. It's not a threat, little one, it's a hyper threat, but don't worry, your secret is safe with me. There are some of us, the valley is here, I'm glad. Goodbye, child, take care and random rules. So, dann können wir ja jetzt weitergehen. Dann werden wir diesen Herren hier nochmal ansprechen. Ja, das Abenteuer geht weiter. Und wir werden schauen, wo es uns hinführt. So, dann werden wir mal weitermachen hier und gucken, wo uns das Ganze jetzt hinführt. Oh, irgendwie sieht die anders aus. Haha, merkst du es auch gerade? Was hat das hier zu sagen? Boah, was ist denn mit dem Würfel jetzt auf einmal los? Boah! Was hat das zu sagen? Mit langsam zu schwer. Alter Schwede. Boah! Er drückt. Was ist jetzt passiert? Hilfe! Ungepfeu! 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 Ich weiß nicht, ob sie sind. Es ist unglaublich, dass jemand in diesem Chaos leben kann. Es sieht... wie ich mich erinnere. Oh... ...even. Ist das Teil... upside-down? Was ist hier passiert? Zu Hause, ich glaube. So, was passiert jetzt? Oh, das scheint wohl die Königin zu sein. Die Böser. 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 So. Und dann schauen wir mal wie es für uns weiter geht. Das ist es. Es war einer der König der König der König. Der Kind, der hat Ard weggebracht. Auf der verrückten Nacht, sie waren die Kinder der Kinder, die werden sichern. Kommt, Dicey! Wir können nicht ihn rausgehen! Hurry, sie ist in unseren Augen. Nicht heute, Spidermonster! You! Oh, warte, warte! Did you see those robots? Ahhhh! What do you mean you've seen bigger? Wo ist jetzt der Geist? I love you! Sooo, haben wir die Spinne jetzt eingeholt? Aber springen wir das mal! ... The Spider seemed impossible to get into at the moment. Oh, but perhaps Bernie would know how to get to her sister, even knew- Come on, we've got to find him! Oh, yes, yes. Time was of the essence. I was done anyway. See the dice! Back to the dice! Wie komme ich da durch? Wie komme ich da hin, wo ich hin muss? Hier komme ich auf jeden Fall nicht weiter. Das heißt, ich muss hier rum. Hier geht es auch nicht rum. Hier auch nicht. Hm. Hier geht es auch nicht rum. Hier geht es auch nicht rum. Hier geht es auch nicht rum. Und ein gigantes Droidchen. Geben zu jeder von der Königin, um das Thema zu beschäftigen. Ich bin noble, du verstehst. Heck, this bell belonged to my family, don't you know, it has, I'm noble, you understand, I suppose it is, it belonged to the triplets, and before then, it belonged to, just so, but I'm a dis, you know, I haven't, if I could see her again, and it would do my heart good to know that she no, please excuse me. Protect the king, protect the king, he's in danger, we have to, have to, fascinating, fascinating, greetings, I'm doing a survey for the, splendid, splendid, oh, what, so, since, there's the, and the, who do you think did it, who do you think killed, oh, that's, Find them, let none of them, the king, let none of them, um, where was it? So, could you say? Now, there's a place of a girl who watched the train cart, and I've got good news for you. Oh, hello, you've made it to three town, have you? But now we're both here. Maybe also. Hm. Oh, please, Gracie. I've got some. For mine too. To, uh, Ich würde sagen, wir gucken jetzt nochmal, was die Glocke hier zu sagen hat. Wir haben ja immer noch die Aufgabe, diesen Bernharder wieder heiß zu finden. Ich bin die Kamba, ja. Da geht's auch nicht rum. Das würde mich nicht interessieren. Gut, Spie. Schade! Schutz den König! Schutz den König! Er ist in Gefahr! Wir müssen... Wir müssen... Der Angriff hat angefangen! Der König muss sein... Was? Identifiziere dich direkt. Ich bin... Ich... Ich habe mich zu Schutz von jemandem wichtiges. Oh, Evan, du süßes Kind! Was? Wie kennst du meinen Namen? Was? Der König! Oh, Mann! Ich kann nicht warten, nach Hause zu kommen. Aber ich kann nicht nach Hause zu kommen, ohne den Weg zu wissen. Schatten, Mann! Wer hat Angst vor dem Schatten, Mann? Oder wie? Was haben die alle mit dem Schatten, Mann? Was haben die Schatten? Was haben die Schatten? Was haben die Schatten? Was ist das? Alles ist wichtig für jemanden. Wenn es ein Kind ist, ist ein Kind, und... Oh, du wirklich bist ein Over-Your-Head. Oh, du bist clever. Wenn du ein Schatten, all Margarine... ...the Shadow Man... ...he war in der Zeit der ersten Nightmare... ...and he lives on bis heute. ...but nicht wie ich, wenn du oder ich... ...he... ...wenn er nur ein Ghost... ...gültere... ...i... ...finde den Schatten, Mann. Ja, schon. Der Muldenallee. Wo ist die Muldenallee? Wo ist die Muldenallee? ... 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 Ich verstehe, glaube ich. Ach, jetzt weiß ich. Wo soll ich da hochkommen? Wo soll ich da hochkommen? So, dann schauen wir mal weiter, wo es hier überhaupt... ...lang geht. Also, ich möchte immer noch wissen, wie ich da hochkomme. Warte mal. Na, vielleicht geht das auch erst später. Im Moment, glaube ich, bringt mir das nicht viel, weil ich da ja nicht hochkomme. ... ... ... ... ... ... ... Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Ich glaube, da kann ich im Moment noch nicht viel mit anfangen, oder? Gehen wir erstmal weiter, würde ich sagen. Wer bist du denn? Was die Mulden erlebt? Was die Mulden erlebt? Was die Mulden? Wo ist die schöne Muldenallee? Was die Mulden? Was die Mulden erlebt? Was die Mulden erlebt? Was die Mulden erlebt? Wird sie entdeckt? Sagt mir bitte, schreibt es in die Kommentare, weil ich finde sie gerade nicht. Kommt da auch nicht durch. Muldenallee, ich habe sie gefunden. So, wie lösche ich jetzt hier das Licht? Wie mache ich das? Also die Muldenallee haben wir gefunden, aber wie lösche ich hier das Licht? Das ist die große Frage. Okay. 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 Für die Shadow Man does. Wo kann man hier die Lichter löschen? Wo ist die Lichter? Okay. Jetzt habe ich es, glaube ich, raus. Haaa! Ich wusste, irgendwas muss das damit zu tun haben. Okay. Hey. Are you the Shadow Man? Oh, I have many names, little one. Okay. Fair enough. Uh, have you seen a little boy about Yehi? Oh, make me think. This one? Oh wow, even is that you? I'm so glad to see you. Can you believe I'm stuck? Let him out! Ich fürchte, das wird ein Kampf. Okay. 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 Bye. 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 Bye.